So meine Lieben, mein Name und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Super League und ihr seht schon im Hintergrund, heute also endlich mal wieder, nach langer Zeit mit der Transferperiode. Wir befinden uns gerade im Januar 2016 und dementsprechend haben wir wieder die Möglichkeit, den ein oder anderen Spieler eventuell zu verpflichten und ihr seht es jetzt schon am Transferbudget. 33.165.000 Gehalt, das klingt nach sehr viel für einen Verein wie Manchester United und für eine Philosophie, wie wir sie gerade aktuell in diesem Projekt leben, ist das leider gar nichts. Dementsprechend werden wir uns davon wahrscheinlich nur einen einzigen Spieler kaufen und ich habe da auch schon eine gewisse Idee, aber ich werde euch gleich natürlich nochmal die Wunschliste zeigen und dann werden wir uns das Ganze nochmal uns ein bisschen genauer angehen. An der Stelle schon mal, wenn es euch wieder gefällt, lasst natürlich gerne ein Däumchen nach oben da, wenn ihr mehr sind wollt, lasst auch ein Abo da und verpasst nichts. Und an der Stelle natürlich auch vielen, vielen Dank schon mal für die ganzen Kommentare im letzten Part, als einiges zusammengekommen. Es waren viele Vorschläge dabei, auch zum Teil welche bezüglich Positionen, die wir glaube ich aber gar nicht so sehr besetzen müssen. Also ich möchte wirklich für die Innenverteidigung jemanden holen und dann ist der Kader meiner Meinung nach ziemlich genial. Mit Jean, mit Darmian noch zwei, die eher schwächer sind, was das Rating angeht, in der Offensive, ich glaube da brauchen wir gar nicht drüber reden, über den Keeper auch nicht. Und dann ist halt nur die Innenverteidigung, wo es nicht so ganz passt. Jetzt mal einen Smalling noch mit reingerechnet, aber selbst mit Smalling fehlt da vielleicht noch so einer, den wir mit reinnehmen können und den glaube ich gefunden zu haben. Und zwar zeige ich euch das Ganze in der Transferliste, beziehungsweise in der Wunschliste. Und ihr wisst, was heißt ihr wisst, ihr kennt ihn auf jeden Fall, davon gehe ich mal aus. Wir haben Hummels, Ramos, Chiellini, Jiménez, Hernández, Mustafi, Varane, Mascherano, Godin, soweit erstmal alle mit drin. Ich meine, wir haben wie gesagt 33 Millionen, also Mascherano, Varane, Mustafi, Hernández sowieso, Jiménez wahrscheinlich eher nicht, Ramos. Das sind die, die allerdings momentan nur im Budget liegen, heißen Hummels, denn Chiellini und Co. sind leider viel zu teuer, die kriegen wir so nie gebacken. Und dementsprechend habe ich mich auf einen festgelegt, den ich hoffe, dass wir ihn bekommen. Es wird sehr, sehr eng vom Budget her, aber der war damals schon bei Manchester United mal so vereinzelt, ab und zu, vielleicht, eventuell doch im Gespräch. Wer weiß, ob es wirklich war in den Medien, ist es mal so ein bisschen rumkursiert. Und zwar Sergio Ramos. 87er Rating, 29 Jahre jung, 34 Millionen Marktwert. Wir werden, ich glaube, und da muss ich jetzt nämlich nochmal zurückgreifen, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir es bei ihm schon mal probiert haben. Ich werde es auf jeden Fall nochmal versuchen, ob wir ihn kriegen und werde da auf jeden Fall Real jetzt schon mal gleich kontaktieren. Und zwar, ihr seht es, 43 bis 50 Millionen angeblich. Ich versuche jetzt einfach mal 25 Millionen zu bieten. Ich glaube, ihr habt es auch mitbekommen, wir sind aktuell noch dran, eventuell einen Ander Herrera zu verkaufen, was ziemlich, ziemlich geil wäre, wenn wir das hinkriegen würden. Da kann ich mit euch nochmal kurz reinschauen in die Transferverhandlungen. Und zwar haben wir die hier. Da haben wir es. Angebot ist da erstmal raus. Ander Herrera bin ich mal sehr, sehr gespannt, was da letztendlich passiert. Da haben wir nochmal ein Gegenangebot rausgehauen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wie hoch das war. Die letzte Folge ist auch schon ein paar Tage her. Und bevor ich es vergesse, natürlich wieder die Abstimmung, Jungs. Ihr müsst wieder mitmachen. In der Infobox oben rechts findet ihr wie immer, das schauen wir uns gleich an, findet ihr wie immer die Umfrage bezüglich, welches der nächsten drei Partien sollen wir simulieren. Ihr habt zur Auswahl Paris, Chelsea oder Valencia. Also, klickt auf das Team, gegen das ihr eine Simulation haben wollt. Gegen die anderen beiden Teams werden wir dementsprechend dann natürlich auch selbst erstmal spielen. Zu Hause gegen PSG, auswärts in Chelsea oder bei Chelsea und auswärts gegen den FC Valencia. Ja, das sind dann die drei Partien für den nächsten Part. Heute steht ja Liverpool an, es steht Dortmund an, die beiden Spiele werden wir kicken. Und die beiden Matches gegen Milan einmal im Wiederholungsspiel des FA Cup und in der Liga, die werden wir beide soweit simulieren. Das habt ihr euch da gewünscht. Sprich, das werden wir so machen. Aber ich habe da ein bisschen was gesehen. Transferangebot, Timothy, ähm, ähm, Fosu, Mensa. 1,6 Millionen. Äh, ich nehme das mal gleich an, oder? Nehme ich das gleich an? Ich mache mal ein Gegenangebot von 2. Vielleicht können wir noch ein bisschen mehr rausholen. Ich hoffe es mal. Von den Blackburn Rovers. Und jetzt bitte, es ist Herrera. 24,5 Millionen bieten sie. Jungs, ich nehme das an. Jungs, ich nehme dieses Angebot an. Ja, ich will. Ander Herrera, den wir damit erstmal verkaufen. Ist das gut? Ist das schlecht? Boah, ich weiß es nicht. Lasst uns mal nochmal ganz kurz zögern. Lasst uns nochmal ganz kurz zögern. Ähm, und dann schauen wir nochmal kurz rein in den Kader, wie das jetzt nochmal sich auswirken würde. Ich meine, wir haben Schneiderlin, wir haben Schweinsteiger. Herrera, Carrick. Dann müssen wir eigentlich mit Carrick und Blind irgendwie ein bisschen mehr. Ich meine, ja. Ich meine, für einen, der bei uns nicht in der Startelf steht, knapp 24, sprich, äh, beziehungsweise 25 Millionen zu kassieren. Da können wir jetzt aktuell eigentlich nicht Nein sagen. Also von dem her, wir nehmen es an. Ander Herrera, bye bye, ab nach Lyon. Angebot ist durch. Damit haben wir aktuell ein Transferbudget von 57 Millionen. Und dementsprechend sollte ein Ramos auch nicht mehr so das Problem sein. Ich werde mal unsere Jungs da nochmal loben. Und dann glaube ich, haben wir nämlich sogar schon die Simulation relativ schnell vor uns. Wir wollen noch ein Training machen, hoffentlich geht's noch. Nationaltrainer-Offerte von Portugal. Aber auch das werde ich erstmal ablehnen. Cristiano hat angeklopft. Antonio, Valencia und Will Keane. Gibt es da auch nochmal Angebote? Uh. Okay, das nehme ich auf jeden Fall mal an für Keane. Soll mir recht sein. Valencia, ehrlich gesagt, ähm, bop, 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 weiß ich nicht. Werde ich, glaube ich, einfach mal so lassen. Glaube ich, werde man nicht annehmen. Ähm, also, ne, selbst drei oder so, dann behalte ich den lieber. So, Spieler ist zu wertvoll, meint Real. Real, dann ist uns sowas von Schnurzpieps egal, Freunde. Denn wir bieten dann einfach mal gediegene 34 Millionen. Ich biete mal einfach... Oh, können wir das? Ja, können wir. Das macht er automatisch. Ja. Ähm, 34 Millionen heißt, wir bieten mal genau den Marktwert, den aktuellen, den er hat. Schauen wir mal, ob Real dann irgendeine Art und Weise schon aktiv wird. Ich glaube sehr ehrlich gesagt nicht, dass die das schon groß interessiert. Aber wir probieren es einfach mal. Und es könnte heute auch ein etwas längerer Part werden, glaube ich, Jungs. Ähm, ihr seht, ähm, dementsprechend schauen wir mal, wie lang der am Ende wird mit den ganzen Transfers und was nicht alles ansteht. So, zurück, Training beenden, wunderbar. Dann gehen wir da nochmal schnell ran, simulieren nochmal schnell die zwei Tage. Und dann steht Milan vor der Tür. So. Was? Och, come on! Ander Herrera und Leon wurden ab... Er möchte nicht umziehen. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Herrera möchte nicht umziehen. Was ist da denn los? Was ist da denn los? Wir werden mal ein bisschen durchwechseln. Ähm, so. Herrera darf nochmal spielen, darf sich da mal zeigen. Da kommt Carrick rein. Da kommt Blind rein. Und da hinten bringen wir... Ja, das taugt, glaube ich, so. Das taugt so. So gehen wir es mal an, schnell in der Simulation. Jetzt wird er nicht umziehen. Ich werde bekloppt. Ich werde bekloppt. Was ist da denn los? Okay. Ähm, wir haben das erste Spiel, ich glaube, 1-1 oder so gespielt. Es gibt das Wiederholungsspiel diesmal zu Hause. Ich hoffe, wir kriegen es hin gegen Milan. Aber wie angesprochen, FA Cup ist uns völlig egal. Dementsprechend auch mit einer B-11. Aber ihr seht schon, was Milan aufgestellt hat. Also da brauchen wir uns eigentlich nicht großartig verstecken. Trotzdem 1-0. Montolivo, nachdem Baccarter den Elfmeter verschossen hat. Erstmal die Führung für die Italiener. Kriegen wir das noch hin? Schauen wir mal. Wenn, glaube ich, geht es direkt gleich in den Elfmeter schießen. Sollten wir hier wieder unentschieden spielen. Montolivo nochmal mit der gelben Karte. Darmian. Menes. Martial mit dem 1-1. Das hört sich gut an. Und dann gibt es am Ende den... Es gibt doch Verlängerung. Ich dachte, es gibt gleich Elfmeter schießen. Okay. Dann schauen wir uns die Verlängerung nochmal an. Hoffen, dass es da nochmal gut aufgeht. Und am Ende gewinnen wir mit 5-4. Yes! Woo! Sehr geil. Also, nach Elfmeterschießen gewinnen wir. Langer, langer Kampf. Heißt natürlich auch wieder sehr kräfteraubend. Was nicht ganz so gut ist. Aber gut. Wir sind immerhin weiter. So, das können wir löschen. Blackburn Rovers. 2 Millionen. Das akzeptieren sie immerhin schon mal was. Ich würde sagen, wir loben uns nochmal vor dem Match. Turnierpreisgeld von 93.000. Jungs! Ihr könnt euch sonst wo hinschieben. 65 Millionen wollen die für Ramos. Das heißt, wir dürften uns wahrscheinlich von Ramos erstmal verabschieden. Also, wenn wir Herrera verkaufen würden, dann wäre es kein Thema. Schauen wir gleich nochmal. Dann wäre das alles kein Thema, weil dann hätten wir die Kohle wahrscheinlich, um ihn uns leisten zu können. Aber wenn wir Herrera eben nicht verkauft bekommen, haben wir ein Problem. So, ich schaue mal nach Rating. 81 hatte er. Hier ist er. Auf Transferliste setze ich den Kollegen mal. Wir müssen vielleicht nochmal durchschauen, dass wir da den einen oder anderen nochmal mit draufsetzen. So. Die da oben, die brauchen wir alle. Schweinstecker wäre auch nochmal eine geile Option. Aber Schweini finde ich eigentlich ziemlich nice hier bei uns. Der taugt ganz gut. So, haben wir dann noch einen, den wir draus setzen können. Romero, da können wir auch nochmal ein bisschen Kohle rausholen, theoretisch. Rashford bleibt natürlich. Johnstone, den können wir auch nochmal auf die Transferliste setzen. Vielleicht kommt da nochmal was rein. Mensch, Mensch, Mensch. Gibt's denn das? Jetzt will der nicht umziehen. Ich bin immer noch nicht drüber hinweg. Kollege, wir brauchen die Kohle. Geh weg. Spieler verkauft. Okay. Ja, und bezüglich ihm müssen wir mal warten. Macht so aktuell keinen Sinn, Jungs. In dem Sinn. Liverpool steht vor der Tür. Das erste Match, das wir heute dann dementsprechend angehen werden. Ich tausche soweit mal eben schnell alles durch, wie immer. Dass wir da mit einer guten Aufstellung erstmal reingehen können. Roch raus, Smalling, Shaw. Wunderbar. Auf der Bank vielleicht mal einen Depay mitnehmen. Der ist drin. Und der Rest passt auch. In dem Sinn. Haben wir das soweit. Gegen Liverpool gehen wir es an. Ich bin mal gespannt. Wir schauen nochmal kurz auf die Tabelle. Den glitzekleinen Blick, wie es da aussieht. Aktuell 44 Punkte. Neun Vorsprung vor Barca und zehn vor den Bayern. Liverpool irgendwo dahinter. In dem Sinn. Sollten wir und hoffen wir, dass wir das gewinnen im Derby. Sehr, sehr traditionsreiches Duell. Derby nicht, aber sehr traditionsreiches Duell der beiden Hassklubs. Gehen wir es an. United zu Gast an der Enfield Road gegen Liverpool. Auf geht's. This is Enfield. So oder so ähnlich. Jungs, ist der Slogan von Liverpool. Aber this is Manchester United. So soll es heißen. Wir heute zu Gast in Liverpool. Wir wollen natürlich gegen den Herzrivalen den Sieg einfallen. Wir haben es angesprochen. Stehen aktuell sehr gut da. Aber das wird eine Hausnummer hier. In dieser Hütte drei Punkte mitzunehmen. Hier haben wir die Tabelle Liverpool mit 29 Punkten. Wir wollen natürlich auch mit dem Sieg wieder reinrutschen. Richtung Platz vier. Richtung Champions League Plätze. Beziehungsweise Europa liegt ein bisschen weiter dahinter. Dementsprechend bin ich sehr gespannt. Liverpool gegen United. Geiles Spiel, das ansteht. Liverpool, das schauen wir uns nochmal schnell an. Soweit aber mit kleinen großartigen Verstärkungen. Benticke, Coutinho, Aibi, Aip, wie heißt er? Milner, Laiva, Henderson, Moreno, Skrittel, Korka, Klein und Mignolim Kastner. Das soweit die Ausstellung. Polo Toreno auf der Bank. Also da gibt es keine Fangesänge. Und in dem Sinn gehen wir es an. United zu Gast in Liverpool. Flanke ist nicht schlecht. Die Reha kommt nicht hin, gibt die Ecke. Er war doch noch dran, glaube ich. Vierte Minute. Riesenchance für den FC Liverpool. Da mal ganz früh mit 1 zu 0 in Führung zu gehen. Ecke kommt jetzt in die Mitte. Milner, Rooney kann Gott sei Dank erstmal auf Kosten einen weiteren Eckballst erklären. Also Liverpool macht gut Druck in den ersten Sekunden dieser Partie. Zeigt ein ordentliches Spiel und will da auf jeden Fall den Favoriten ein bisschen ärgern. Gut von Coutinho. Und dann ist die Reha da. Also wie gesagt, Respekt an Liverpool. Die zeigen eine ordentliche Partie hier in den Anfangsminuten. Das ist schon die zweite kleinere Torernährung. Bisher die etwas aktivere Mannschaft. Liverpool kommt über den Flügel. Gut von Jones. Flanke. Kommt noch mal rein an die Latte. Uiuiui. Der sah dann doch noch mal ganz gefährlich aus. Martial, der das dann allerdings da ganz stark löst. Also, Möglichkeit war da. Gerade lag da oben auch noch mal jemand von uns verletzt. Ich habe im ersten Moment gar nicht gesehen, wer es genau war. Aber scheinbar stehen wieder alle. Also vorerst keine Verletzung bei Njeka mit der nächsten Aktion. 28. Minute. Offensiv finden wir noch nicht statt. Liverpool macht das echt stark. Ich kriege da nach vorne noch keine Lücke. Bislang gefunden. Und die Jungs von der Enfield Road immer wieder mit so kleinen Nadelstichen. Machen das, wie gesagt, offensiv recht ordentlich. Auch noch mit keiner hundertprozentigen Chance. Aber die nähern sich dieser dann doch stark an. Jetzt vielleicht wieder über die Seite. Wieder der junge Eib, der da kommt. Gegen den wir allerdings den Ball blocken können. Gut von Bay. Gibt nur die Ecke. Schneiderlin. Schöner Ball auf Ibrahimovic. Mit dem Schuss. Minolet dazwischen. Also letzte Aktion wahrscheinlich in diesem ersten Durchgang. Außer die Ecke wird nochmal gefährlich. Die Eckfahne, die wedelt hier erstmal. Langer Ball nach hinten. Da steht, oh, nicht Rooney, sondern Jones. Continue dazwischen. Weiß nicht, ob das ein Foul war. Der lange Ball nochmal nach vorne. Und dann ist erstmal Halbzeit. Jungs, gucken wir uns mal ganz schnell an, wie es in der Statistik aussieht. Liverpool die bessere Mannschaft, würde ich mal ganz schwer so behaupten. So schaut es aus. Für den Schuss der Vierhaus-Tor. 61% Ballbesitz. Wir müssten mehr tun, aber wir tun uns bislang noch verdammt nochmal hart. In dem Sinn, ab in den zweiten Durchgang. Ibrahimovic. Schöner Ball durchgesteckt. Anthony Martial. Minolet ist da. Guter Auftakt in der zweiten Halbzeit. Endlich mal wieder. Nach den ersten 45 Minuten, also in letzter Sekunde die Chance. Hatten auch da mal wieder eine Möglichkeit. Mehr ist leider noch nicht. Wir müssen aufwachen. Jones, vielleicht jetzt gleich mal. Vielleicht mal so eine Doppelchance herausspielen. Gareth Bale. Flanke ist auch nicht so schlecht. Aber Minolet dazwischen. Es sieht nach einem besseren Offensivfußball aktuell aus von uns. Gut von Ibra. Riesen-Chance. Zlatan Ibrahimovic. Der muss halt dann eigentlich rein. Herr Zlatan. Hätte ich da aus kurzer Ecke gehen sollen. Ich weiß es nicht. Riesending. Auf jeden Fall. In der, ja was haben wir? 70. Minute. Wir haben übrigens schon gewechselt. Oben seht das. Eigentlich so mit die obligatorischen Wechsel. 70. Da muss es fallen. Also von Liverpool kommt nicht mehr viel. Von uns allerdings auch nicht das Spiel. Plätschert so ein klein wenig vor sich hin. Möglichkeit. Eib! Die Gea holt ihn raus. Von wegen Plätschert vor sich hin. Es nimmt wieder ein bisschen Fahrt auf. Liverpool mit einer guten Chance. Kriegt jetzt noch die Ecke. Coutinho glaube ich. Nehmt Milner ist das der sie bringt. Die Gea ohne Probleme. Rooney sieht Gareth Bale. Jetzt muss der rein. Bale an den Boston. Bale, 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 Bale. Gibt es denn das? 82. Minute Jungs. Der Ball. Er will irgendwie nicht rein. Es gibt die nächste Ecke. Fünfte. Ne zweite für uns in dieser Partie. Und wieder ist es der Belgier. Wieder Simon Mignolet. Ohne großartige Probleme. Schluss aus vorbei an der Enfield Road. Am Ende gibt es ein torloses 0 zu 0 unentschiedenes Spiel. Das eigentlich ganz interessant war. Chancen waren auf beiden Seiten da. Aber Mignolet und die Gea haben da ihren Gast am Ende sauber gehalten. Dementsprechend nur ein Pünktchen. Außer es in Liverpool gibt es Schlimmeres, gibt Schlechteres. Aber wir hätten natürlich sehr gerne den Sieg mitgenommen. Noch dazu, weil wir jetzt gleich noch eine Simulation vor uns haben. Gegen Milan und wir... Oh, wir haben sogar noch die FA Cup Simulation. Au, noch. Also das wird ein verdammt langer Part, glaube ich. Aber da lief es ja auch nicht so gut. Gegen Milan. Ich meine, war mit der B11, muss man auch dazu sagen. Oder weniger B11. Aber dann gerade mal so im Elfmeterschießen. Uns durchgelackt in die nächste Runde. Und das innerhalb von zwei Matches. Sprich, wir treffen da gleich ein drittes Mal auf die Jungs. Müssen uns aber so zwischendurch ein bisschen um Transfers kümmern. Und da schauen wir jetzt mal rein. Transferangebot inakzeptabel. Das ist immer noch dasselbe. 1,5 Millionen haben wir da nochmal ein Budget aufgestockt bekommen. Das Problem ist halt, wir kriegen diesen Kollegen... Ich bremere mich schon. Den Kollegen hier niemals. Ich biete jetzt einfach mal 36 Millionen. Das ist erstmal das letzte Angebot. Wenn, müssten wir echt Herrera verkaufen? Und das ist halt das, worauf ich noch so ein bisschen warte. Dass da nochmal ein Angebot für Ektor Herrera reinkommt. Ähm, äh, für Ektor. Für Ander Herrera reinkommt. Aber da kommt halt nix. Das ist so das Problem. Halt stoppen, stoppen, stoppen. Nicht so weit simulieren. Dementsprechend müssen wir uns da wahrscheinlich einen anderen holen. Ähm, ja, kannst du knicken. Die gehen immer weiter hoch. Also, das wird nix. Dann müssen wir uns da einen anderen aus der Wunschliste schnappen, Jungs. Ich meine, wir werden am Ende einen kriegen. Mit 36 Millionen findest du schon was. Aber, die Frage ist wen. Rimenes wird nix. Hernández ist noch mir ein bisschen zu schlecht. Entweder wir holen uns Mustafi. Oder Varane. Ah, das ist schwierig. Ich glaube, ich gehe fast mit dem Deutschen. Ich glaube, wir gehen fast mal mit Skotran, äh, Mustafi. Werden aber ein bisschen Kohle für Bietner. Zwischen 29 und 34 Millionen. Ähm, nix da. Da gibt es erstmal schöne 20. Die wäre erstmal Bietner. Und dann schauen wir mal, was die Jungs sagen aus Valencia. Ich glaube, ich wäre nochmal ein ganz geiler Transfer. Ah, das ist schade. Ramos hätte ich echt so gern gehabt. Aber, was willst du da machen? Es klappt halt eben nicht immer alles. PSG hofft, Robbenball zu verpflichten. Das Einzige, was ich mir jetzt dann denke, ist... Ja, genau das. Wahrscheinlich kriegen wir dann genau ein Angebot danach. United kommt auf uns zu. Ich möchte mal... Ich gehe mal bei 20 Millionen. Wir machen mal 20 Millionen. 20 Millionen Gegenangebot. Nicht zu hoch gefordert, nicht zu niedrig. Und dann müssen wir halt versuchen, nebenbei doch nochmal bei Ramos anzuklopfen. Was da Sache ist. Bin ich mal gespannt. Ich meine, wir können jetzt wirklich die ganze Kohle, die wir haben, noch raushauen. Sie haben entschieden, das perfekt zu machen. 44 Millionen für Mustafi. What the fuck? Okay, sie haben entschieden, sich das perfekt zu machen. Bin ich mal gespannt, ob wir das vielleicht dann nochmal hinkriegen. Wir wechseln wieder durch. Es ist nur FA Cup. Völlig egal. Dementsprechend Herrera darf von mir ausspielen. Carrick und Blind. Rojo. Jacksoner. Jones. Ja, dann machen wir lieber so. Und rechts passt. Und im Tor nehme ich sogar auch mal Romero rein. Also, Mannschaft komplett durchgekrempelt, Jungs. War es FA Cup oder League Cup? Ich weiß es gar nicht. Irgendwas, was uns auf jeden Fall weiter nicht interessiert ist. War der FA Cup, den wir simulieren werden. Ich werde das sogar diesmal überspringen. Dadurch, wie gesagt, dass der Part eh ein bisschen länger geht. Überspringen wir das Ganze. Wir haben immer noch ein Match und ein Ligaspiel vor uns. Carrick mit dem 1-0. Wir sind also auch eine Runde weiter im FA Cup. Auch das ist doch schon mal eine sehr, sehr feine, schöne Geschichte. Simulieren dann nochmal das Training natürlich durch, damit auch da die Jungs weiter einen Fortschritt machen. Und dann gucken wir mal, ob das fix ist mit Herrera. Mit Ander Herrera. Ob wir da nochmal ein bisschen vielleicht mehr Kohle kriegen für Ramos. Ich weiß es nicht. Es wird nur schwierig, irgendwie so einen Spieler wie Ramos zu kriegen, wenn das mit Herrera nicht klappt. So, Spieler verkauft. Spieler verkauft. Nationaltrainer-Offerte Schweiz. Es tut mir leid an alle Schweizer. Ablehnen. Die Reha, bla, bla, bla. Haben wir gerade aktuell keine Zeit. Sorry. So, wir gucken jetzt mal rein. Wir haben jetzt 51 Millionen. Es gibt jetzt nochmal ein neues Angebot, Jungs. United gibt nochmal Gas auf dem Transfermarkt. So. Zu Transferangebot. Die wollen 67 Millionen, haben sie vorhin gemeint. Wir bieten jetzt mal, ich biete jetzt einfach mal 50. Fuck, wir können auch nur 50 bieten. Wir bieten jetzt einfach 50 fucking Millionen. 50 Millionen für Ramos. Mal schauen, ob sie ja sagen. Ich hoffe es einfach. Ich hoffe es einfach. Das wäre sehr gut. Und jetzt spielen wir auch noch gegen Dortmund. Da, wo wie gesagt Herrera hin ist. Inakzeptabel. Die wollen immer noch mehr, Mann. Können wir einen Spieler noch mit draufhauen? Wen können wir da noch mit draufhauen? Ich würde fast sagen, vielleicht einen Rocho noch. Ich mache mal Rocho und das hier. Rocho und 50 Millionen, Jungs. Mehr können wir fast nicht mehr angehen. Mehr haben wir nicht. Bitte. Nimmt an. Bitte. Oh. Äh, was? Ne, weder sind wir interessiert. Die nehmen nicht an. Okay. Damit haben wir nur noch eine Option. Ja, ist mir scheißegal. Wir machen nur eine Saison. Das ist halt das Unrealistische an der Kehrer. Aber das haben wir angesprochen. Ich versuche jetzt nochmal das Budget zu erhöhen. Ligameister. Fuck. Wir können halt nicht mehr machen fast. Ich mache jetzt nochmal 10 Millionen. Come on. Bitte. Bitte lieber Vorstand. Macht das. Dann können wir uns Ramos leisten. Wenn nicht, müssen wir uns ganz schnell Mustafi verpflichten. Und dann war es das. Wir kriegen nicht mal eine Nachricht. Wir kriegen nicht mal eine Nachricht. Ähm, ich werde in der Zwischenzeit. Wobei, das können wir jetzt wieder nicht machen, ne? Schauen wir mal den Ramos Transfer angehen. Ne, wir machen es anders. Wir machen jetzt erstmal das Match gegen Dortmund. Ähm, das sollte erstmal noch anstehen. Oh, und das Spiel ist verschoben worden. Oh, das ist ein bisschen schwierig. Dann machen wir das heute anders. Dann mache ich nur das Match gegen Dortmund. Und dann seht ihr in der Umfrage drei andere Vereine. Nämlich die drei. Dann hat sich das verschoben im Spielplan. Chelsea, Milan oder Valencia. Tja, eins dieser drei Spiele könnt ihr voten. Das war dann simulieren. Die anderen zwei werden wir spielen. Also, sorry dafür, dass ich dann am Anfang das falsch angesprochen habe. Aber das hat sich jetzt im Laufe der Zeit nochmal verändert. Da kann ich nichts dafür. Dementsprechend machen wir das so. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das was wird mit dem Budget erhöhen und so. Aber wir probieren es. Wir schauen einfach mal. Wir drücken die Daumen. Wenn nicht, holen wir uns Mustafi hinten. Bin ich auch zufrieden. Bin ich soweit auch zufrieden. So, Schweinsteiger. Wir machen natürlich wieder die Top 11. Gar keine Frage. Bale. Martial. Smalling. Jean. Darmian passt. Und im Kasten die Chea. Und sonst passt das soweit, Jungs. Wir gehen rein. Es ist mittlerweile der. Lasst mich lügen. Wir schauen mal gleich rein, welcher Spieltag das aktuell ist. Der 22. Vorsprung weiterhin bei neun Punkten. Das ist gut. Dortmund steht vor der Tür. Ich glaube das Ganze in Dortmund. Geiles Match, das wir damit vor uns haben. Auf geht's. Und Jungs, es ist alles angerichtet. Dortmund gegen Manchester United im Signal Iduna parken. Geiles Match, das vor uns steht. Mitten in der Transferperiode. Ich habe es jetzt ein paar Mal angesprochen. Wir müssen, glaube ich, echt schauen, dass wir Mustafi kriegen. Ramos wird zu heftig. Ramos wird zu krass. Mit Godran Mustafi wäre ich auch noch zufrieden. Darum werden wir uns. Später kümmern wir jetzt erstmal die Partie in der Super League gegen Dortmund. Wir wollen einen Sieg. Ich will hier nicht ohne Sieg am Ende dastehen. In dieser Folge. Let's go. Möglichkeit für Dortmund. Und dann ist die Chiara. Ui, 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 ui. Riesen, riesen Ding, Jungs. Das Spiel ist bislang 25 Minuten alt. Ihr merkt es. Ich habe euch noch nichts hier reingeschnitten in die schnittige Partie. Aber da ist auch nichts los. Es passiert eigentlich so gut wie gar nichts. Sehr, sehr viel Mittelfeldgeplänkel. An der Herrera, der ja bei Dortmund mittlerweile unter Vertrag ist. Den ein oder anderen Patzer gemacht. Den wir aber leider noch nicht ausnutzen konnten, um dann schnell nach vorne zu spielen. Sonst ist da, wie gesagt, bis auf viele Ballverluste nicht allzu viel passiert. Wie sowas. Genau sowas passiert die Dauern. Sowohl bei uns als auch bei Dortmund. Von dem her, ihr verpasst nichts. Kein Abseits, kein Abseits. Zlatan macht den, macht den, macht den. Zlatan! Er macht ihn 1 zu 0, 50. Minute. Ihr seht, wir befinden uns schon im zweiten Durchgang. Es ist nicht viel passiert. Es ist gar nichts passiert. Aber richtig gut da die Aktion. Zlatan schleicht sich weg von Ginter. Der kleine Chance hat. Dann Bürki vorbei. Und dann ist es passiert, Jungs. 1 zu 0. Endlich, Jungs. Endlich, endlich, endlich. Wir haben das Tor. Wir haben den Treffer. Zlatan macht das wunderbar. Und damit führen wir. Guter Zwischener. Ibrahimovic. Rooney. Chance zum 2 zu 0. Rooney! Das ist passiert, Jungs. Wunderbar. 59. Minute. Das sieht ein bisschen nach der Entscheidung in dieser Partie aus. Rooney rennt zur Kamera. Bedankt sich für diesen schönen Pass von Zlatan. Hat aber auch selbst erobert. Und dann macht das natürlich Ibrahimovic richtig gut. Zieht Rooney. Und er lässt dem Keeper den Bürki. Wieder keine Chance. Zweite Möglichkeit in diesen gesamten, bislang gespielten 60 Minuten. Die zweite, die wir nutzen. Und dementsprechend führen wir hier mit 2 zu 0. Sehr komfortabel. Jetzt heißt die letzte halbe Stunde überstehen. Und hier den Sieg mitnehmen. Schluss auch soweit. 2 zu 0. Gewinnen wir am Ende in einer sowas von unfassbar ereignisarmen Partie. Guckt euch mal die Stats an. Also da ist echt nicht viel passiert. Wir holen uns den Sieg. Das ist das Gute. Und genau das war auch das, was wir wollten. Nicht mehr. Also mehr gerne. Aber vor allem nicht weniger. Sprich, drei Punkte mitgenommen. Wir haben insgesamt vier Punkte erzielt in dieser Partie in den Matches, die wir selbst gespielt haben. So, und wir gucken jetzt mal rein. Michael Carrick will den Verein verlassen. Zu den Spurs. Das ist mir relativ egal. Was? Achso, Naingolanda. Okay, Naingolanda ist mir egal. Ich dachte gerade schon. Ich bin gerade am überlegen, wie wir es machen. Wir müssen eigentlich noch den einen Tag voran, was sehr bitter ist. Aber hilft nichts, weil wir einfach nochmal wissen müssen, ob wir jetzt das Transfer bekommen. Was? Zur Hölle. Ronaldo wechselt zum FC Barcelona für 93 Millionen. Der Top-Transfer. Ronaldo bei Barca. Was ist da denn los? Lloris zu Wolfsburg für 41 Millionen. Auch Krass. Musaccio für 22 zu Milan. Was ist das denn bitte? Krass. Okay. Ich denke, wir werden es jetzt nochmal mit Mustafi probieren. Kontaktiert. Da müssen wir, glaube ich, nochmal in die Transferverhandlung. Wir werden es nochmal mit Mustafi probieren. Ramos, das hat relativ wenig Sinn. Und Mustafi, das könnte schon eher was werden. Dementsprechend biete ich da jetzt einfach mal 27,5 Millionen, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, was die Jungs sagen. Ich glaube, die wollten auch irgendwas mit 44 oder sowas. Aber, glaube ich, ein bisschen übertrieben ist. Das ist wieder alles nur ein bisschen Geblüffe. Dementsprechend probieren wir das einfach mal. Ronaldo ist halt eine heftige Geschichte. Bayern verpflichtet Özil für 77 Millionen. Was ist denn da los? Angebot für David De Gea. 40,5. Das könnte ja sowas von knicken. Liverpool. Ablehnen. Künftige. Untersagen. De Gea bleibt bei den Red Devils. Ganz klar. Die wollen 40,5 Millionen. Das Gute ist, die können wir auch wirklich bieten. Möchte ich aber noch gar nicht. Noch haben wir ja ein bisschen Zeit. Ich biete jetzt mal... Biete ich 35 schon? Ich meine, am Ende ist es völlig egal. Das ist die letzte Transferperiode, wo wir uns gerade befinden. Ich biete jetzt einfach mal 35. Ich denke, damit sind die auf jeden Fall zufrieden. Wenn nicht, dann bieten wir die vollen 40. Noch haben wir ja 9 Stündchen. Aber das sollte locker, 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 locker reichen eigentlich. Akzeptiert. So schaut es aus. Heißt, da werden wir ihm noch das Gehalt bieten. Ähm, essentieller Stammspieler für Jahre 100... Äh, warte, 170 will der. Okay. Zack, die... Zack, die Bohne. So, 170.000, vier Jahre essentieller Stammspieler. Ab dafür Mustafi bei Manchester United. Ähm, neben Kollege Schweinsteiger. Also der zweite Deutsche, den wir nach England holen. Dortmund gewinnt Rennen um Aguero. 82,5 Millionen für Dortmund. Was ist gerade los in dieser Fußballwelt? Annehmen. So, Mustafi ist bei uns. Nice. Dann haben wir wenigstens ihn. Ich hätte, wie gesagt, gern Ramos gehabt, aber das... Das hat einfach nicht geklappt am Ende. Was ist da bitte mit Dortmund los? Jetzt lasst uns nochmal schnell reinschauen. Ähm, Mustafi kommt dann erst dazu. Ich bin am überlegen, ob wir noch... Wir schauen mal nochmal in unsere Wunschliste rein. Ob es nochmal irgendeinen gibt, den wir... Den wir gebrauchen könnten. 16 Millionen haben wir immerhin noch. Ähm, der darf halt aber nicht viel wert sein. Luca... Lucas Hernandez macht relativ wenig Sinn, nochmal einen Innenverteidiger zu holen. Ähm... Wenn bräuchte, halt mal eher noch so einen. Wisst ihr, auf wen ich jetzt nochmal Bock hätte? Ihn suche ich jetzt mal, Jungs. Boah, wenn das klappt. Wenn das nochmal klappt, wäre mega. Ich hätte mal Bock auf einen Pirlo. Ich weiß nicht, wie ich auf ihn komme. Ich hoffe, der hört nicht auf. Aber das wäre mega. Andrea Pirlo, Jungs. Andrea Pirlo. Ich biete 5 Millionen. 5 Millionen für Pirlo. Wäre nochmal krass. Wäre nochmal mega krass, ey. Wenn wir den noch kriegen könnten. Ich hoffe, das klappt. Ist kürzlich erst gekommen, aber sollte eigentlich rein technisch machbar sein. Warum nicht? Warum nicht Andrea Pirlo noch zu Manchester United zu lotsen? PSG hofft, Robbenball zu verpflichten. Holy shit. Angebot akzeptiert. Pirlo kommt, Jungs. It's Pirlo-Time. Holy shit. So, ein Jahr. Ich gebe ihm mal keine Dinge ins hier mit. Ich hoffe, das klappt. Dass der trotzdem unterschreibt, das wäre so mega. Holy shit. Pirlo und Mustafi an einem Tag. Aguero zu Dortmund. Ronaldo zu Barca. Özil zu Bayern. Was ist da los? Er akzeptiert, Jungs. Nice Geschichte. Also, Andrea Pirlo auch nochmal eben schnell geholt. Den Alt da. Das ist auch nochmal eine geile Geschichte. Der bringt uns da sicherlich weiter. Dann können wir mit Rooney auch mal vorne in der Spitze spielen. Mal Ibra schonen und und und. Da haben wir viel mehr Möglichkeiten. Und sonst, glaube ich, gibt es aber keinen mehr, den wir noch großartig holen könnten, oder? Sind eigentlich die jetzt schon gekommen? Ich glaube noch nicht, ne? Doch, Mustafi. Sogar da Pirlo auch. Krass. Mustafi ist noch rot gesperrt. Alles klar. Aber das ist doch schon mal ganz, ganz geil. Andrea Pirlo nochmal geholt. Acht Millionen haben wir noch. Aber ihr seht, wenn wir das noch ein bisschen anpassen mit Gehalt. Das reicht für eigentlich nichts mehr. Dementsprechend würde ich sagen, belassen wir es. Haben nochmal zwei schöne Dinger hier rausgehauen. Wir nehmen, äh, wir, wir hauen über Ötes Angebot raus, ganz klar. Aber Pirlo jetzt nochmal schnell holen, ist klar. Real holt sich Reus für 62,5 Millionen. Jungs, was ist heute los? Was ist da bitte in dieser Super League los? 400 Millionen gesamte Ausgaben heute. WTF. Ronaldo bei Barca. Was ist da los? Okay, das können wir mal löschen. Das löschen wir. Und dann gehen wir mal noch ein paar Tage voran. Und dann war es das erst mal so weit für heute. Ich bin sehr zufrieden. Genauso, Pirlo geholt, Mustafi, leider kein Ramos. Aber ich glaube, mit Pirlo, das war jetzt so eine spontane, eine Schnapsidee, die aber doch, glaube ich, nochmal ganz gut war. Und der uns da auf jeden Fall nochmal ein bisschen weiterhelfen kann. Bin ich auf jeden Fall zufrieden. Gefällt mir gut. Und dann, glaube ich, geht das in Ordnung. Und in dem Sinn, könnt ihr jetzt abstimmen. Entweder gegen Chelsea, Milan oder den, äh, die Jungs aus Valencia. Eines dieser Matches werden wir simulieren. Die restlichen beiden werden wir wie immer kicken. Ich gehe nochmal direkt vor das Spiel gegen Chelsea. Kriegen nochmal auch ein Preisgeld. Auch da schauen wir nochmal rein. Wir kriegen unfassbare 125.000. Wow. Okay. Lob natürlich für immer unsere Jungs. Oder motivieren sie, von mir aus auch. War ein bisschen schnell geklickert. Und in dem Sinn, Chelsea steht vor der Tür. Zehn Punkte Vorsprung bei einem Sieg. Wernst 13. Holy shit, wie wir das dominieren. Ist krass. In dem Sinn. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Ähm, ich zeige euch soweit natürlich nochmal ganz schnell die Aufstellung. Wie gesagt, Mustafi mit am Start. Leider rot gesperrt noch. Und Andrea Pirlo. Holy shit. Das ist episch. Pirlo, Bale, Ibrahimovic, Rooney, Schweinsteiger, Smalling, Dejea, Mustafi. Oh, krass. In dem Sinn. Ich freue mich auf die nächsten Parts. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Und damit bin ich jetzt erstmal raus. Habt einen wunderschönen Tag, Jungs. Macht's gut. Bis dahin. Euer Badeschlappen. Servus.